Ich bin The Dr. Nougat und dies ist mein neues Video. Moin moin und herzlich willkommen bei The Dr. Nougat im Food Testing und Food Unboxing Kanal. Heute habe ich wieder einen USA Schokoriegel Reese's Fast Break. Das Ganze mit Chocolate, Peanut Butter and Nougats. So sieht das Bild aus, so soll der Riegel aussehen. Ja, das Ganze wieder aus den USA, deswegen sämtlicher Verpackungs-Firlefanz hier. Visit us at www.reeses.com, alles auf Englisch. Und damit diese Riegel in Deutschland verkauft werden dürfen. Hier übrigens von Reese Candy & Co. Company aus den USA, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, für den Verkauf in Deutschland wird immer so ein extra Aufkleber da raufgeklebt. Der hier ist schlecht zu lesen. Reese's Fast Break, Milch-Schokoladenriegel mit Erdnüssen und Nougat. Zutaten, Erdnüsse, Zucker, bla 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 bla. Künstlich, künstlich, künstlich. E-422, Milchprotein. Konservierungsmittel, T, B, H, Q. Künstliche Aroma, Vanille. Mindestens haltbar bis bla bla bla. So, was hier zumindest schon mal nicht drauf steht, ist, dass dieses Teil irgendwas enthält aus genmanipuliertem Anbau. Bla bla bla, wie es so oft auf anderen Riegel drauf stand. Hier leider nicht. Das heißt leider. Gleicht diese Riegel aus und weise ja mal nicht so giftig und ungesund für die anderen amerikanischen Riegel. Aber für euch werde ich heute nochmal für eine Ausnahme machen und diesen Riegel probieren. Und, ah, da ist er schon. So, auf den ersten Blick sieht er natürlich erstmal anders aus, als wie das, was ich bisher immer gezeigt habe, finde ich. Also, da würde ich weder Snickers, Mars, Twix oder sonst irgendwas draus erkennen. Sieht halt mal ganz anders aus. Jetzt der Biss, der provokante Ab-Biss des Riegels. Oh. Hey. Also, sehr weich. Sehr weich. Hm. Ich zoome hier mal ran. Hm. Boah. Der ist so süß, da gibt es gleich Zahnschmerzen von. Also, der Riegel sieht ja so, ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera überhaupt sehen kann, sehr hart aus. Man denkt, man beißt auf einen Knusperkeks, zumindest ging es mir so. Aber wenn man reinbeißt, ist es alles sehr, sehr weich. So, man kennt hier jetzt außenrum die Schokolade. Dann hat man oben diesen, was ist das? Ich muss mal gucken, was hier für Bestandteile drin sind. Ja, so. Milchschokoladenreden mit Erdnüssen. Wo sind die Erdnüsse? Tja, Erdnüsse sind schon mal nicht zu sehen. Hier steht Erdnüsse. Nougat. Nougat ist... Ja, ich würde sagen, das obere. Ist jetzt schwer zu sagen. So, aber die Erdnüsse sind hier wahrscheinlich gestampft. Dann müsste das, das in der Mitte sein. Unten ist Nougat. Ich probiere nochmal. Es ist echt schwer zu sagen, was hier was ist, weil das so extrem süß ist. Also, wirklich extrem süß. Ich meine, ich bin ja Schokoladenriegel und Schokoladenexperte so halbwegs so ein bisschen. Aber das Teil schmeckt so süß und so durcheinander, dass ich überhaupt nicht sagen kann, was von diesem Mix ist jetzt was ist. Ob das oben die Erdnüsse und das unten Nougat ist, könnte aber auch umgekehrt sein. Das ganze Teil ist so süß, ich kann das gar nicht aufessen. Den muss ich heute Nachmittag weiter essen. Alter Falter, hattet ihr das auch schon mal? Dass etwas oder ein Schokolade so süß war, dass ihr euch gedacht habt, Alter Falter, das ist zu süß. Das sprengt mir meine Zähne oder so, keine Ahnung. Also Wasser läuft noch nachher, das Teil ist lecker. So ist es nicht, aber es ist so extrem süß, dass man es gar nicht auf einmal essen kann. Ein Reese's Fast Break. Ja, eine Reese's schnelle Pause quasi. Und die, ja, weiß nicht. Also die deutschen Riegel sind mir da alle ein bisschen lieber. Die sind nicht so süß und naja, heute mal ein extrem süßes Teil. Ich werde das Teil nachher auf jeden Fall nochmal weiter essen. Vielleicht entscheide ich mich ja auch dann dafür, was Nougat und was die Erdnüsse sind. Für den jetzigen Augenblick einfach zu süß. Das war zu viel auf einmal. Also Geschmacksenerven sind ganz klar überfordert. Und naja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich euch nicht genau sagen konnte, was jetzt bei diesem Riegel was ist. Auf jeden Fall wieder ein weiter amerikanischer Schokoriegel. Ein paar habe ich noch bei uns im Laden, deswegen langweilig wird mir nicht. Ich werde jetzt weiterhin nochmal Woche für Woche den einen oder anderen Schokoriegel testen. Zwischendurch wird auch nochmal was anderes kommen. Ich habe mir vorgenommen, wieder eine Pizza mal zu essen und euch zu zeigen und euch zu berichten, wie diese schmeckt. Lasst euch überraschen. Das war es von mir. The Dr. Nougat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.